hallo in diesem video mag ich euch die quest wettmanipulation zeigen anzunehmen bei schnacki 6 zünder im gebiet sturmheim bei den koordinaten 51 57 nehme die quest gleich mal an und muss mich hier in den norden begeben da werde ich einfach diesen weg hier entlang laufen den ganzen weg mag ich euch ersparen deshalb mache ich hier weiter bin hier vor der quest stelle ich bin jetzt den weg entlauf entlang gelaufen aber ihr könnt auch einfach hier hin fliegen von bald ist daraus zum beispiel falls ihr den flugpunkt schon habt zeige ich das gebiet so ein bisschen und dann muss ich hier hin reiten und mein haken benutzen bzw nicht mein haken sondern den haken hier oben dann mit der rechten maus dass der die stelle hier anklicken dann kommt hass feder und dann darf ich ihn töten hat ziemlich viel leben so bin bei 50 prozent hier ist noch jemand aufgetaucht muss mich hier ein bisschen drehen nicht dass er mich nach unten kriegt und da geht er down alleine wäre es ziemlich knapp geworden zum abgeben darf ich wieder zu die qualen rast ich laufe schon mal los und schon befinde ich mich am endspurt bzw auch vom endspurt oder wie man das auch immer formuliert und darf die quest bei schnacki 6 zünder abgeben hoffe ich konnte euch helfen tschüss